So, Musik ab! Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem neuen Quiz. Wo ist mein... Ahaha, es funktioniert tadellos, ausgezeichnet. Meine Damen und Herren, wir haben ein neues Quiz für Sie. Es ist ganz anders als die anderen Quizze. Es ist eben mehr Quizzeriga. Und wenn Sie aufpassen, können Sie etwas lernen. Außerdem können Sie auch Fragen beantworten. Ich erkläre Ihnen jetzt die Regeln. Sie bekommen Fragen aus verschiedenen Kategorien, aus verschiedenen Schwierigkeitsbereichen. Das erst mal, die erste Frage aus dem Bereich. Und die zweite Frage aus dem Schwierigkeitsbereich. Genau. Sollten Sie die Fragen richtig beantworten, dann bekommen Sie von mir ein... Genau. Sollten Sie einen Fehler machen, dann gibt es leider nur ein... Von der Jury. So, und ich glaube, wir sind soweit. Und jetzt, Sie wissen, bei dem Zeichen... Dürfen Sie nicht mehr fragen. Nicht mehr fragen. Nur noch bei... Dann bekommen Sie drei Punkte von der Wand und vier Buchstaben von der anderen Wand. Alles sehr einfach. Sollten Sie trotzdem zwischendurch etwas nicht verstehen, dann tut es mir leid. Da gibt es nur noch... Ich glaube, wir sind soweit. So, ich stelle dir mal die Uhr ein. Dann ist es Zeit für mich. Wie sind das? Keine Ahnung. Wenn Sie dieses Geräusch hören, meine Damen und Herren... Dann ist Feueralarm, das gilt also nicht. Sie wissen, wenn Sie dieses hören... Dann sind Sie der Gewinner des heutigen Abends, meine Damen und Herren. So, und nun möchte ich mich verabschieden. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, wo ist mein... Hey! Woo! 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 Woo!